Überraschendes Ehe aus! JamuTV und Elaine haben sich getrennt. Ich werde mich einmal und danach nie wieder zu diesem Thema äußern. Jamal und ich sind getrennt, so das Aldi-Girl in seiner Instagram-Story. Den Grund für die Trennung gibt Elaine ebenfalls bekannt. So hat sie mit psychischen Problemen zu kämpfen. Jamal hat das wirklich lange mitgemacht und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und weiter? Ich liebe diesen Menschen noch genau wie am ersten Tag. Aber ich muss erstmal lernen, mit mir selber klar zu kommen. Tiktoker Jamal äußert sich in einem Livestream ebenfalls zu der aktuellen Situation. Am Ende des Tages hat man vielleicht seine ganze Liebe einer falschen Person gegeben. Manchmal verkackt man halt im Leben. Ich komme damit nicht klar, weil ich die Welt nicht mehr verstehe, sage ich euch ehrlich. độ 3 unfinished axis team